Geil, es gibt die ganze Woche lang 75% Rabatt auf alle Wackelkopffiguren. Man, das kann doch nicht sein! Was geht ab, meine lieben Freunde? Und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Informationsvideo geht es einfach mal um die aktuell anstehende Eventwoche. Diese nennt sich Lowriders Eventwoche und bei dieser Eventwoche, da gibt es doch einige besondere Sachen. Zum einen gibt es an jedem Tag 25% Rabatt auf einen der sechs Lowrider und auf das Update, um diesen Lowrider mit der Hydraulik auszustatten. Da gibt es auch ebenfalls nochmal 25% drauf. An jeweiligen Wochentag ist immer ein anderes Auto dran. Ihr könnt ja genau im Hintergrund die Liste sehen, welches Fahrzeug an welchem Tag dran ist. Außerdem gibt es 75% Rabatt auf alle Wackelkopffiguren bei Bennys. Und ganz ehrlich, das ist irgendwie der letzte Rotz, Alter. Ich kenne keinen, der jetzt sagen würde, geil, für diese Wackelköpfe muss ich jetzt in GTA gehen. Außerdem gibt es auch noch 25% Rabatt auf sämtliche Munition und sämtliche Waffen bei Amunation. Außerdem gibt es an jedem Tag eine andere neue Eventspieleliste. Bei dieser Eventspieleliste bekommt ihr doppeltes Geld und doppelte RP. Und da sind unter anderem so Sachen wie diese Slasher bzw. diese Schlitzer-Missionen mit dabei. Und das hört sich auf jeden Fall schon mal wieder richtig gut an. Diese Wackelköpfscheiße hat sich scheiße angehört, aber dieses doppelt Geld und doppelt RP auf diese Eventspielelisten hört sich wirklich gut an. Was ich jetzt aber am besten finde ist, dass es an jedem Tag, wo ihr euch die ganze Woche in GTA Online einloggt, dass ihr dort eine neue kostenlose Cappy bekommt. Die genaue Liste, mit welcher Cappy ihr wann bekommt, die seht ihr ja auch hier gerade schon im Hintergrund. Und ihr seht auch schon das Gameplay von der Cappy, die ich mir bereits gestern am Montag besorgt habe, wie diese aussieht. Die sehen auf jeden Fall richtig krass aus und das finde ich auf jeden Fall wieder richtig gut. Und vor allem diese bekommt man halt dann nur an diesem einen Tag und danach sind die dann wirklich richtig selten. So Leute, das war auf jeden Fall jetzt schon alles, was es zu dieser Eventwoche zu sagen gibt. Ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht einfach mal hin und verpugelt jetzt so richtig den Like-Button. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut herein und ciao. Bis zum nächsten Mal.